Kapitän sein für mich, das war schon immer ein Jungstraum, als Anfang natürlich, als Schiffjunge, Steuermann, irgendwo Schiffmann. Ab und zu ist es natürlich schön, dass man die Familie vermisst, aber das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber nach vier Wochen zu Hause vermisst ich zwischendurch Schiff auch. Vor allem die Freiheit im Beruf. Eigentlich macht man es mit links, das kann man schon fast wortlich nehmen, weil die ganze Ruderanlage ist links bei uns. Wir sind zwei Schiffführer, eine Matrose, die die andere die ganze Zeit kontinu ablösen, dass immer einer im Steuerhaus ist, der das Schiff immer fahren kann. Ich bin 1940 auf dem Schiff geboren, zu der Zeit fuhr noch die Hebamme mit auf dem Schiff und hat mich dann zur Welt geboren. Ich wünsche mir, dass ich diesen Beruf bis zu meiner Rente kann Leben ausüben, dass ich immer klügend Wasser habe, also dass ich das schön bis zu meiner Rente kann machen. Ich biniorplicis. Wir Priest einstensㅋㅋㅋㅋ